Was hier noch alles so rumliegt, da, hier geht noch Licht. Fuck, krass, krass. Es ist noch Einrichtung da. Leute, guckt euch den Kühlschrank an. Hier liegt noch ein Nokia 3210. Der absolute Oberhammer. Oh, ich hab ja Angst, dass irgendjemand hier ist. 5333 DM. Das ist alles Vorrat. Ich hab die Kniegummipuppe. Hier selbst das Brot liegt hier noch rum. Schaut euch nicht an. Leute, hier klingelt irgendwas. Wieso klingelt hier der Wecker? Alter. Hier ist die Zeit zu weggeblieben, wo man voll ist dabei. Das ist ja wo, was hier liegt. Hier steht noch ein Docker. Hier drinnen. Echt? Christian sagt, da hat jemand gehört hier drinnen. Das ist sauspannend. Wir sind noch nicht mehr angespannt. Was man glaubt, jemand ist hier? Hallo. Hallo. Vielen Dank. Danke. Hallo.